In dieser Ausbildung arbeitest du abseits des Vertriebs, dennoch nah am Kunden. Dich erwarten erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Es wird oft gedacht, dass es ein klassisches Sekretärin-Klischee ist. Das ist Quatsch, also wir machen viel mehr. Im Gegensatz zu der Bankkaufmenschen-Ausbildung ist die Büromanagement-Ausbildung nicht so bankorientiert. Der Fokus auf das Organisatorische. Wir Auszubildenden kümmern uns um den Postdienst. Ich stelle Darlehensverträge für Firmenkunden. Es gibt auch Möglichkeiten, mit den Projekten reinzuschnuppern. Ich hatte, wie gesagt, Angst, weil das Arbeitsleben einfach anders ist wie in der Schule. Die Kollegen haben mich alle ganz gut aufgenommen. Es ist ein sehr familiäres Umfeld auf jeden Fall. Wir Auszubildenden untereinander haben zum Beispiel auch MS-Teams-Gruppen, wo wir uns austauschen. Es ist schön, gefordert und gefördert zu werden in der Bank. Die Ausbildung ist auf gar keinen Fall schwer. Das, was ich in der Schule gelernt habe, hat vollkommen gereicht. Und du dachtest, du passt hier nicht rein? Wir haben dich hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Komm zu uns und bewirb dich jetzt. Jocks'Around? Jocks'Around? Untertitelung des ZDF für funk, 2017